Es könnte sich um das größte Geheimnis moderner Zeiten handeln. Sie können kleine Kreise und Muster von nur drei Metern Durchmesser sein, aber auch riesige von bis zu eineinhalb Kilometer. Kornkreise, seltsame Darstellungen in wie gewalztem Weizen, Mais oder Gerste, rätselhafte Symbole in einer sonst stillen Landschaft. Sie erscheinen über Nacht, ohne Zeugen und ohne jeden Laut. Alle Anzeichen, die wir bis jetzt haben, deuten darauf hin, dass sich Kornkreise innerhalb weniger Sekunden bilden, für gewöhnlich um etwa vier Uhr morgens. Auch die Wissenschaft sucht nach einer Antwort. Sehr wenige sind von Menschen gemacht, vermutlich weniger als ein Prozent. Sind sie das Werk von Witzbolden oder stecken, wie manche meinen, Mächte jenseits der Sterne oder sogar des Grabes dahinter? Ich vergleiche das immer mit dem Besuch einer Kathedrale oder eines anderen spirituellen Zentrums. Aber wer oder was ist tatsächlich der Kreismacher? Sobald jemand hört, dass du dich für Kornkreise interessierst, fragt er, was verursacht so etwas? Und natürlich ist das die eine Frage, auf die du keine Antwort weißt. Das größte Rätsel dabei ist, wer die Kornkreise macht. Vom ländlichen Amerika bis zum stummen Geheimnis von Stonehenge wollen wir diesen Kreisen folgen. Auf der Suche nach einem Zeichen. Pilot Kevin Bow steuert sein Sprühflugzeug durch den endlosen Himmel von North Dakota. Es ist ein Routineflug, direkt über den Weizenfeldern von Farmer Randy Barter. Aber vor ein paar Sommern war dieser Flug alles andere als Routine. Kevin Bow sollte eine Entdeckung machen, die das kleine Städtchen Langdon für immer verändern würde. Diese Videoaufnahme aus Kevins Maschine zeigt einen fast unvorstellbaren Anblick. Ein riesiger Kornkreis, der auf dem Feld aufgedrückt ist. Kevin drehte noch einmal um, um sich das genauer anzusehen. Er musste sich anstrengen, um in der grellen Juli-Sonne etwas erkennen zu können. Und dann hatte Kevin ein klares Bild vor Augen, eine bizarre Zeichnung, 30 Meter lang, schnitzig durch das Getreide. Wir waren ziemlich verwirrt, bis uns klar wurde, was diese Dinger waren. Und dann überrascht, dass es sie auch hier in der Gegend gibt. Der Kornkreis ist um ein Drittel kleiner als ein Fußballplatz. Ein unerklärliches Muster aus vier Kreisen und parallelen Linien führt zu einem Symbol mit der Form des Buchstaben F. Für manche sieht es wie ein neues Sternbild aus. Aber andere haben Angst, dass die rätselhafte Zeichnung ein böses Omen sein könnte. Der junge Pilot hat von seinem Platz im Himmel aus als erster den Kornkreis von Langdon entdeckt. Aber als er zurück auf der Erde ist, glaubt nicht einmal Kevins Vater seinem Sohn die Geschichte. Ich bin Sprühflieger und habe zuerst gesagt, das waren sicher Tiere, Eche und Hirsche, die diese Kreise gemacht haben. Aber er antwortete, nein Dad, das sind keine Spuren von Tieren, das ist etwas anderes. Also stieg ich ins Flugzeug, um es mir anzusehen und als ich diese Kreise sah, sagte ich, mein Gott, ich kann es nicht glauben. Die beiden Piloten rufen den Sheriff. Schon bald munkelt man im Ort, dass Langdon von sehr seltsamen Gästen besucht worden sei. Bevor der Kornkreis auftauchte, hatte Randy Barters Familie diese Felder schon seit über 100 Jahren bebaut. Ich war verblüfft, ich wusste nicht, was ich von diesem Kornkreis halten sollte. War es nur ein Scherz oder nicht? Das weiß ich bis heute noch nicht sicher. Aber es schien mir fast zu perfekt für einen Streich. Diese Form, diese Zeichnung war fast zu einzigartig, als dass jemand sich das hätte ausdenken und im Dunkeln anlegen können. Langdon hat zwischen 2500 und 2700 Einwohner. Wenn in einem kleinen Ort wie in unserem jemand irgendetwas tut, weiß es schon bald jeder. Die Polizei hielt die Kornkreise von Anfang an für einen Scherz. Sie kontaktierte sogar die Medien hier in Grand Forks und sagte, kommt nicht nach Langdon, das ist alles nur ein riesiger Schwindel. Ich glaube, sie wollten verhindern, dass irgendwelche UFO-Freaks kommen und sich das ansehen. Sie wollten keine Leute, die überall etwas Übersinnliches suchen. Aber keiner in diesem Städtchen nahe der kanadischen Grenze, in dem jeder jeden kennt, macht den Kornkreis als eigenes Werk geltend. Nicht einmal, als nur ein paar Kilometer entfernt noch ein zweiter Kreis auftaucht. Ein Kreis von 30 Metern Durchmesser ist mit einem zweiten, kleineren Ring verbunden. Es ist der zweite Kornkreis in nur vier Tagen. Dieses rätselhafte Symbol ist 52 Meter lang. Farmer Bob Elliott war erschrocken, bei der Inspektion seines Getreides auf diese Formation zu stoßen. Erst als er zurücktrat, begann er die unerwarteten Formen genauer wahrzunehmen. Er wusste noch nicht, dass die Kreise sein Leben verändern sollten. Ich dachte zuerst, irgendein Witzbold. Aber als ich es mir genauer anschaute, war klar, dass es viel zu mühsam für jemanden wäre, hier Kreise zu machen. Es war eine perfekte Ellipse und sämtliche Ehren waren miteinander verwoben. Und dadurch wurde offensichtlich, dass wer oder was auch immer den Kornkreis gemacht hatte, daran sehr raffiniert und auch sehr lange gearbeitet haben musste. Aber die Sommernächte in North Dakota sind kurz und beim Mondlicht zu arbeiten ist nicht leicht und auch nicht spurlos zu verschwinden. Der Sheriff war überzeugt, Abdrücke zu finden, weil der Boden locker und staubig war. Und als wir durch das Feld gingen, merkten wir auch, dass jeder von uns Spuren hinterließ. Aber sonst konnten wir überhaupt keine Fußabdrücke finden. Als Amateurkreisforscherin Stace Tassel von den Kornkreisen hörte, fuhr sie im Auto die 1000 Meilen von Denver nach Langdon. Die Langdon-Kornkreise hatten etwas, das mich hierher kommen ließ. Etwas sagte mir, dass diese Kreise die Fahrt wert sein würden. Also mietete ich einen Wagen und schaffte den Weg hierher in 17 Stunden. Ich ging sofort über die Grenzlinie in den Kreis hinein und ich spürte gleich, dass er etwas Besonderes war. Wow! Für mich steht zweifellos fest, dass das wirkliche Formationen waren. Sie waren echt, nicht von Menschen geschaffen. Farmer Bob Elliott hatte nie an Übernatürliches oder an Außerirdische geglaubt, bis ein Kornkreis auf seinem Land erschien. Aber mittlerweile bereitet ihm sogar die Suche nach einer Lösung des Rätsels Albträume. Ich hatte einen Traum nach den Kornkreisen, dass ich an Bord eines Raumschiffs war, das mit rasender Geschwindigkeit durchs All raste. Alles war in ein sanftes Rot getaucht und ich hatte wirklich das Gefühl, an Bord dieses Raumschiffs zu reisen. Bevor jener seltsame Sommer in Langdon vorüber ist, wird noch ein dritter Kornkreis entdeckt werden, aber nicht ein Kornkreis-Macher. Das Unerklärliche an den Kornkreisen ist, dass jeder behauptet, denjenigen zu kennen, der sie gemacht hat, aber bisher noch keiner einen Namen nennen konnte. Was die bodenständigen Farmer hier verblüfft, ist, dass die drei Formationen aus der Luft gesehen eine völlig gerade Linie bilden. Wie sollten Spaßvögel, die ziemlich zufällig irgendwo zwischen Straßen und Feldern arbeiten, diese Kilometer auseinandergelegenen Kreise wie Punkte auf einer Geraden in eine Reihe bringen? Sie wirken, als wären sie von oben mit Absicht so positioniert. Und das wirft bei den meisten die Frage auf, sind diese Kornkreise ein Zeichen? Was mich überrascht hat, ich hatte gleich das Gefühl, dass das nichts mit der menschlichen Natur zu tun hat. Etwas daran schien irgendwie außerirdisch zu sein, jenseits jeder menschlichen Einflussnahme. Wo auch immer sie auf der ganzen Erde gesichtet werden, Kornkreise sind verstörende, nicht zuordenbare Schöpfungen. Im Geheimen entstanden, nachts ohne Beobachter. Ihre Entdecker können gar nicht anders, als sich zu fragen, ob in diesen eigentümlichen Formen nicht eine Botschaft an uns verborgen sei. Die häufigste Form des Kornkreises hat eine geschwungene Anordnung, kreisförmig, wie schon der Name sagt. Manchmal ist das Getreide gegen den Uhrzeigersinn runtergebogen, manchmal im Uhrzeigersinn, manchmal radial und manchmal sieht man mehrere zugleich. Die Kornkreise mögen auf den ersten Blick einfach wirken, aber sehen Sie einmal genauer hin. Es gibt verborgene Geometrien. In einer gewöhnlichen zweidimensionalen Wiedergabe kann man einen dreidimensionalen Würfel entdecken. Und diese Dreiecksform enthält sechs versteckte Würfel. Diese Schneeflock enthält präzise mathematische Kurven. Der goldene Schnitt, ein klassisches Proportionsmaß aus der Natur, taucht in vielen Kornkreiszeichnungen auf. Aber das tun auch solch komplexe geometrische Muster wie Fraktale und die sich wiederholenden Kugeln, die den Reiz dieses spektakulären Bildes ausmachen. Wir sehen hier 700 individuelle Kreise, von denen manche 25 Meter im Durchmesser sind. Allein die menschlichen Ressourcen, die dafür nötig wären, sie zu machen, geschweige denn, sie derart präzise anzuordnen, und das noch ohne einen einzigen Fehler auf einem Gebiet von fast 4700 Quadratmetern, das macht die Theorie von Menschenwerk wohl ziemlich unglaubwürdig. Was als schlichte Kreise begonnen hat, ist zunehmend komplexer geworden. Die Darstellung einer Sonnenfinsternis zieht sich durch dieses Feld. In diesem Feld scheint die Sonne über einer Pyramide aufzugehen. Und diese unheimliche Formation, ein menschliches Gesicht, tauchte neben einem Observatorium in England auf. Im selben Feld zur gleichen Zeit eine ungewöhnliche, rechteckige Musterung mit einer DNS-Sequenz und menschlichen Formen. Es könnte sehr gut eine Art außerirdischer Macht oder Intelligenz sein. Nennen Sie es Aliens oder wie Sie wollen, die versucht, die Menschheit zu kontaktieren, ohne sie in Panik zu versetzen. Jeder neue Kreis bringt neue Ansatzpunkte für Interpretationen und Nachforschungen. Die Farmer von North Dakota sind nicht die einzigen, die durch diese seltsamen Erscheinungen aus der Fassung gebracht worden sind. Sehr häufig tauchen Kornkreise in Südengland auf, aber auch in Kanada, Russland, auf Reisfeldern in Japan und in Agrargebieten überall in den USA. Aber ihr Geburtsort kann vielleicht der Schauplatz eines der größten Welträtsel sein, Stonehenge. Könnte dieser 4500 Jahre alte Kreis aus Steinen das Schlüssel zum Kornkreisgeheimnis unserer Zeit sein? Und welche Bedeutung hat die erstaunliche Entdeckung durch Wissenschaftler im Innersten des Getreides? Nachdem die Farmer in North Dakota auch in ihren Feldern Kornkreise mit unterschiedlichen Formationen entdeckt haben, die mit einzigartiger Präzision erstellt wurden, geht die Suche nach den Erbauern weiter, aber vor allem auch nach dem Warum. Warum? Einige halten Kornkreise für überirdische Zeichen, andere für das Produkt von eifrigen Witzbolden. Doch was wirklich hinter diesen rätselhaften Phänomenen steht, ist immer noch ein Geheimnis. Mögliche Antworten lassen sich vielleicht in jenem Land finden, in dem die ersten Kornkreise gesichtet wurden, in Großbritannien. Hier entdeckt man die unterschiedlichsten Kornkreise, die oft verborgene Geometrien mit komplexen Mustern enthalten. Stonehenge, Südengland. Die Sonne geht über diesem prähistorischen Monument auf und unter, wie sie es schon seit 5000 Jahren tut. Die Bedeutung dieses antiken Kreises aus Stein ist nie entschlüsselt worden, aber die zum Grübeln einladenden alten Steine hier haben neue Gefährten in den Feldern. Geschätzt den 90% der Kornkreise auf der ganzen Welt findet man innerhalb eines 64 Kilometer Radius von Stonehenge in Wiltshire County, England. In Wiltshire County haben wir eine der größten Konzentrationen von antiken heiligen Städten in ganz England. Jude Stammers hat Astrophysik in Oxford studiert. Für ihre Doktorarbeit in kognitiver Archäologie studiert sie diese rätselhaften Plätze. Ich will verstehen, wie und zu welchem Zweck die antike heilige Städte errichtet hat. Und die Verbindung zu den Kornkreisen ist die, dass wir diese für Phänomene unserer Zeit halten. Wie Tempel aus der Gegenwart teilen sich die Kornkreise hier das Land mit Schreinen längst vergangener Zeiten. Silbury Hill, ein seltsamer, verschwiegener antiker Grabhügel, der zur Zeit der Pyramiden entstand. Das ewige Rätsel von Stonehenge und der sogar noch verwirrendere Steinkreis bei Avebury. Das ist der viereinhalbtausend Jahre alte Steinkreis von Avebury. Einer der größten, die wir je entdeckt haben. Massive Steinblöcke wurden von unbekannten Erbauern kilometerweit zu diesem geheimnisvollen Platz transportiert und kreisförmig aufgestellt. Ursprünglich glaubten die Archäologen, dass es 99 Sandsteinblöcke von ungefähr dieser Größe waren, aus denen der Kreis gebildet worden war. Aber das war nicht die ganze Geschichte von Avebury. Denn innerhalb des großen Kreises gab es noch zwei innere Kreise, deren Durchmesser jeweils etwa 100 Meter betragen hat. Die 40 Tonnensteine, die von antiken Droiden auf ihren Platz geschleppt wurden, mögen astronomische Führer oder Kalender gewesen sein. Man glaubt, dass hier jahrhundertelang Andachtszeremonien abgehalten worden sind. Aber niemand kennt wirklich die Beweggründe dafür, in dieser winzigen Ecke Englands derart monumentale Kreise zu bauen. Jahr für Jahr strömen Besucherscharen nach Wiltshire, um Hinweise für das uralte Rätsel der Steinkreise zu suchen. Und gleich daneben in den Feldern wartet das neue Geheimnis der Kornkreise darauf, vergründet zu werden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Kreisen in den Feldern und den Kreisen aus Steinen? Ich selbst glaube ja, den gibt es. Ich bin überzeugt davon, dass die Alten diese heiligen Städten sehr gezielt auswählten und das Wechselspiel von Energien in ihnen und ihrem eigenen Platz im Universum sehr gut verstanden. Und die Kornkreise können uns sicher helfen, diese Zusammenhänge neu zu entdecken. Eins ist gewiss, etliche Kornkreise sind zu Füßen dieser rätselhaften prähistorischen Monumente erschienen. Manchmal einer oder zwei pro Nacht, in einem Sommer sogar 200. Manche dieser Formationen beziehen die antiken Denkmäler sogar in ihr Muster ein, wie dieser Kreis mit einem geheimnisvollen Grabhügel in seiner Mitte. Tausende bestaunten diesen Kornkreis, der Touristen von der vielbefahrenen Straße nach Stonehenge auch hierher lockte. Der Autor und Forscher Andy Thomas ist seit einem Dutzend Jahre Chronist der Kornkreise in diesem Gebiet. Sogar ohne Kornkreise hätte die ganze Gegend etwas Magisches. Und offenbar haben die Felder da draußen eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Kornkreise. Auch der Kornkreis-Spezialist Colin Andrews ist überzeugt, dass die Kreise aus einem bestimmten Grund hier so häufig auftreten. Wenn Sie sich den Aufbau, das Design und die Anordnung dieser archäologischen Städten wie Stonehenge, Avebury und Silbury Hill anschauen, sehen Sie nicht nur die gleichen Muster, wie in den sie umgebenden Kornkreisen. Wir finden auch sehr ähnliche Maßstäbe, mathematische Verknüpfungen. Die Geometrie der Muster mag Hinweise geben, aber viele glauben, dass eine viel fundamentalere Geologie eine wichtigere Rolle in dieser erstaunlichen Landschaft spielt. Viele wundern sich, warum es in manchen Gebieten viel mehr Kornkreise gibt als in anderen. Eine mögliche Antwort ist die Geologie. Denn die meisten Gesteinsschichten, über denen der Großteil der Kreisformationen auftritt, haben eine direkte Verbindung zum Grundwasser. Andere glauben wiederum, dass ein Energiefeld durch diesen Teil Südenglands läuft, entlang der sogenannten Lay-Linien. Lay-Linien sind ein feiner Raster von Energiebahnen, die von den elektromagnetischen Feldern der Erde abhängen und direkt mit dem Elektromagnetismus zusammenhängen, der aus der Sonne ausströmt und mit der Solarenergie interagiert. Die Menschen der Antike waren sich dieser Lay-Linien, dieser feinen Energieadern, äußerst bewusst. Auf einer einzigen Lay-Linie sollen zahlreiche Kirchen und Kultstätten in England liegen, inklusive der rätselhaften Steinkreise in Avebury. Diese Auffreiung heiliger Städten entlang einer geraden Linie fiel zum ersten Mal einem Geschäftsmann im Jahr 1925 auf. Er meinte, die Lay-Linien würden prähistorischen Handelswegen folgen. Andere wiederum behaupten, ohne allerdings Beweise zu haben, Lay-Linien spiegelten den jährlichen Pfad der Sonne oder sogar das antike chinesische System der Himmelsrichtungen. Und in der Nachbarschaft dieser unbewiesenen Lay-Energiebahnen wurden auch die ersten Berichte über Kornkreise aufgezeichnet. Vor mehr als 300 Jahren. Wie heute schwankten Erklärungen für Kornkreise auch damals schon zwischen Wissenschaft und Aberglauben. In diesem 1678 in Hartfordshire publizierten Flugblatt ist sogar der Teufel beim Schneiden eines Kornkreises abgebildet. Laut dieser Flugschrift sei Luzifer ins Spiel gekommen, nachdem ein Bauer einen Mann damit beauftragt hatte, seine Felder zu mähen. Die Männer gerieten ins Streiten und der Bauer schwor, eher wolle er dem Teufel die Ernte überlassen, als dem Mäher den geforderten Preis zu zahlen. In jener Nacht habe dann ein seltsames, orangenes Licht die Felder erleuchtet und Satan selbst das Korn abgehackt. Und das sehen Sie gleich bei Dokupedia. Unbekannte Flugobjekte über den Kornkreisen. Sind diese sogenannten Lichtkugeln vielleicht ein Zeichen von den echten Kornkreismachern? Und was entdeckte die Operation Blackbird der britischen Armee über die Kornkreise? Ein zweiter Holzschnitt aus einem jahrhundertealten Buch zeigte ein absonderliches Erntefest. Bauern tanzen auf einem Platz, der ein Kornkreis sein könnte, und werden von einer gehörnten Kreatur angeführt. 1686 wurde eine ähnliche Geschichte direkt mit Kornkreisen in Verbindung gebracht von einem Professor aus Oxford, Robert Plott. Es wird berichtet, dass im Jahre unseres Herrn 1590 Männer und Frauen einige mit gespaltenen Hufen gesehen wurden, wie sie durch das Korn tanzten, immer im Kreise, mit einem Geist in ihrer Mitte. Der Geist, oft Robin Goodfellow genannt, war eine mythische, koboldartige Figur, halb Mensch, halb Stier und berüchtigt dafür, brave Bürger vom rechten Weg abzubringen. Aber Professor Plott, ein anerkannter Naturhistoriker, gab sich mit abergläubischen Erklärungen nicht zufrieden. Der Oxford-Wissenschaftler kam schließlich zum Ergebnis, dass die wenigen Kornkreise in Staffordshire von Blitzen verursacht worden seien. Als ein Amateurwissenschaftler um 1880 eine neue Theorie über die komischen, im Weizenfeld seines Nachbarn entdeckten Kreise entwickelte, wichen die bisher vermuteten Mächte schließlich einer Naturkraft. Denn der Autor folgerte im englischen Journal Nature, dass die Kreise nur von wilden Winden entkönnten. Aber keine dieser Erklärungen war wirklich befriedigend. Kornkreise sollten eine gelegentliche Kuriosität bleiben, bis ihre Betrachter im 20. Jahrhundert in die Lüfte aufstiegen. Und unbekannte Flugobjekte, Lichtkugeln schweben über den Feldern. Sind sie ein Signal vom echten Kornkreismacher? Im Jahr 1983 fuhr ein Elektroingenieur namens Colin Andrews an einem Weizenfeld nahe Stonehenge vorbei und glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Ein Arrangement aus fünf Kreisen bildete ein Kreuz. Der große Kreis im Zentrum maß etwa 23 Meter. Ich konnte gleich sehen, wie präzise es angeordnet und dass das keine zufällige Sache war. Wie auch immer diese Kreise dort hingelangt waren, sie mussten als Einheit, als außergewöhnliches Muster gleichzeitig dort angebracht worden sein. Vielleicht hat es eine spirituelle Seite in mir berührt, weil es ein Kreuz war. Ein Keltenkreuz, ein traditionelles Symbol, das aufs Irland des 8. Jahrhunderts zurückgeht, war ins Weizenfeld gestanzt. Die Getreideformation, ein Mittelkreis mit vier Satellitenkreisen rundum, entsprach genau der Gestalt des keltischen oder Ringkreuzes. Andrews vermutete, dass Menschen für dieses Symbol verantwortlich seien. Doch bei näherem Hinsehen konnte er im Feld keine anderen Fußspuren als seine eigenen entdecken. Und noch seltsamer, die Weizenhalme waren nicht geknickt, wie sie es zweifellos gewesen wären, falls jemand durchs Feld getrampelt wäre. Wenn sie einmal gebrochen sind, kann man nichts mehr dagegen machen. Doch die Halme waren rechtwinklig abgebogen, als hätte man sie mit Dampf in ihre Form gebracht. Obwohl die Pflanzen jetzt flach auf dem Boden lagen, zeigten sie keine Anzeichen davon, dass Druck ausgeübt worden wäre. Und genau das hat mich fasziniert und angefeuert. Zusammen mit dem ehemaligen NASA-Techniker Pat Delgado und dem Piloten Basti Taylor begann Andrews Kornkreise zu dokumentieren und Luftaufnahmen zu machen. Bis 1989 waren hunderte von Kornkreisen durch das Andrews-Team und andere erfasst worden. Jeder wusste, dass die Kornkreise über Nacht auftauchten, aber die Bauern berichteten keine nächtlichen Aktivitäten in ihren Feldern, zumindest keine menschlichen Aktivitäten. Aber häufig seien über den Kornkreisfeldern schwebende Lichtkugeln gesichtet worden, leuchtende, unidentifizierte, fliegende Objekte. Im Jahr 1990 konnte der Fotograf Steven Alexander unerwartet bei Tageslicht diese geheimnisvollen Lichter auf Video festhalten. Diese Lichtquelle wurde aus sehr großer Entfernung aufgenommen. Dann, 1999, gelang einem anderen sogar ein noch klareres Bild über einem Kornkreis bei Barbary Castle, England. Als Kameramann Don Fletcher versuchte, seine Kamera stabil zu halten, schwebte die weiße Lichtkugel über eine große Getreideformation. Die Leute, die im Kreis spazieren, scheinen sie nicht zu bemerken, aber auf Band ist das Bild klar zu sehen, bis die leuchtende Sphäre schnell hinauf in den Himmel und außer Sicht aufsteigt. Sie sind völlig unerklärt. Sie bewegen sich zielgerichtet zu den Kornkreisen und in sie hinein, als ob sie nachschauen wollten, was innerhalb der Markierungen liegt. Das ist nicht wie ein Kinderballon, den man an einem windigen Tag aufsteigen lässt. Es ist eher so, als ob dieses bestimmte Objekt durch irgendjemanden oder etwas aus der Ferne kontrolliert würde. Oft zieht man diese Lichtkugeln über den Feldern, wo derzeit noch kein Kornkreis ist. Die Forscherin Nernse Terbert aus Boston hat solche Lichtkugeln mit eigenen Augen gesehen. Wenn diese Lichter nachts beobachtet werden, und das wurden sie oft in England, wo die Leute hofften, draußen bei der Entstehung eines Kornkreises zusehen zu können, dann waren sie Orangefarben und etwa fußballgroß. Die Einheimischen nannten sie Amber Gamblers, wegen ihrer Bernsteinfarbe. Meist scheinen sie nur über Gebieten zu treiben, wo Kornkreise oft vorkommen. Außerstande das Rätsel der Lichtkugeln zu lösen, begannen die Kornkreisforscher, sich nach anderen Hinweisen umzusehen. Luftaufnahmen, genaueste Vermessungen und sogar elektromagnetische Spannungsmesser wurden verwendet. Neue Kornkreisbesucher fingen massenweise an, von seltsamen physikalischen Effekten zu berichten. Voll aufgeladene Batterien starben ab, Videokameras zeichneten nichts mehr auf, Kompassnadeln drehten sich wie verrückt. Die Leute innerhalb der Kreise spürten zeitweise ein ungeheures Wohlbefinden, ja sogar Euphorie, während andere über Kopfschmerzen, Verwirrtheit und noch mehr klagten. Im Jahr 1989 publizierten Andrews und Delgado ihre Forschungsergebnisse. Das Buch hieß Kreisrunde Zeichen und war eine Sensation. Queen Elizabeth setzte es auf ihre einflussreiche Sommerleseliste. Prinz Charles bat um eine private Führung, nachdem auch auf seinem Land Kornkreise gemeldet worden waren. Aufgrund der Absegnung des brennenden Geheimnisses durch das Königshaus wusste nun auch der schrille englische Boulevard, dass das eine tolle Story war. Eine Zeitung versprach jedem 10 Millionen Pfund Belohnung, der beweisen könne, wie Kornkreise gemacht wurden. Die Spekulationen über einen außerirdischen Kreismacher stiegen bald ins Unermessliche, war ein Raumschiff gelandet und für die Ringe im Feld verantwortlich, kamen in der Nacht Außerirdische, falls ja, was für eine Botschaft wollten sie uns verkünden? Was hatten diese seltsamen Kreise zu bedeuten? Ganz bestimmt ist das nicht von dieser Erde. Andrews vermutete, dass ein Militärstützpunkt in der Nähe des Epizentrums der Kornkreise heimlich seine Hand im Spiel habe. Das Kabinett von Premierministerin Thatcher forderte Andrews auf, wöchentliche Berichte abzuliefern. Und 1990 wurde auf Landbesitz der britischen Armee Operation Blackbird gestartet, ein Hightech-Projekt zur Überwachung der Kornkreise. Ausrüstung für umgerechnet mehr als 800.000 Euro, bezahlt von der BBC und dem japanischen Fernsehen, wurde über Felder verteilt, in denen Kornkreise aufgetreten waren. Wir haben heute Frühlichter gesehen, die wir nicht leicht zuordnen konnten, und wir werden diese Daten weiter analysieren. Aber nach zehn Tagen des Beobachtens und Wartens auf die Bildung eines Kreises hatte man noch immer keine schlüssigen Hinweise. Werden wir alle zum Narm gehalten? Könnten das nicht junge Farmer sein, die aus dem Pub kommen und mit ihren Mähern in die Felder gehen? Keinesfalls. Ich und Pat Delgado, die Autoren des Buches Kreisrunde Zeichen, Wir sehen uns das jetzt schon zehn Jahre an und haben konkrete Indizien dafür, dass es sich um keinen Scherz handeln kann. Aber vielleicht wird die Welt nie erfahren, was die Kameras von Operation Blackbird herausfanden. Colin Andrews sagt, das britische Verteidigungsministerium habe verlangt, dass die Fernseh-Live-Übertragungen aus dem Kornkreis-Überwachungsgebiet zu einem kritischen Zeitpunkt gestoppt werden müssten. Das Ministerium gab zu Andrews Anschuldigungen keinen Kommentar ab. Nach Operation Blackbird war man der Lösung des Rätsels der Kornkreise nicht näher. Noch immer keine Fußabdrücke, keine Spuren, nicht ein Kreismacher in Sicht. Im Endeffekt gibt es diese Kreise nach wie vor und keiner weiß, wie sie hinkommen. Die Bauern haben ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkt und Wächter angestellt. Auch wir haben Beobachter in diesen Gebieten, die warten und observieren. Aber trotzdem wissen wir nicht, wer diese Kreismacher sind. Seltsame Figuren streifen in der Dunkelheit durchs Getreide und Wissenschaftler entdecken, dass die Kreise auf ein bizarres Ereignis hoch über der Erde hinweisen könnten. Kornkreise waren schon seit Jahrhunderten in Getreidefeldern auf der ganzen Welt aufgetaucht und hatten sowohl Experten als auch normale Sterbliche in Staunen versetzt. Aber in all der Zeit hatte keiner gesehen, wie so ein Kornkreis entsteht und auch keinen der Schöpfer dieser Kreise, ob nun menschlich oder sonst was. Dann, im Jahr 1991, traten zwei Pensionisten aus Hampshire, Doug Bowers und Dave Corley, mit einem Holzbrett und einer verblüffenden Erklärung an die Öffentlichkeit. Doug und Dave offenbarten der Presse, während der letzten zwölf Jahre heimlich Kornkreise angefertigt zu haben. Sie hatten keinerlei Beweise, um ihre Behauptungen zu belegen, aber ihr Werkzeug, eine Holztafel, etwas Seil und eine Skizze auf Papier. Die Idee sei in einem örtlichen Pub geboren worden, sagten sie, um die vielen UFO-Fanatiker lächerlich zu machen. Wir wollten die UFO-Gesellschaften und Vereine davon überzeugen, dass ein UFO gelandet wäre. Und nach ein paar Jahren wussten sie nicht mehr, ob sie es glauben sollten oder nicht. Doug Bowers behauptete, seine Inspiration zur Schaffung von Kornkreisen aus dem Erscheinen einer rätselhaften Formation in Tully, Australien im Jahr 1966 bezogen zu haben. Jene eher simple und bis heute in Australien unerklärte Formation sorgte für Wirbel, nachdem ein Zeuge von der Landung eines UFOs berichtet hatte. Aber Bowers Idee, ein Doppelgängerphänomen zu kreieren, hatte ihre Wurzeln in England. Manchmal im Leben magst du einfach jemanden verarschen, oder? Und es hat ja auch keinem geschadet. Mitte der 90er Jahre erklärten Doug und Dave, das Kreisemachen hinter sich zu haben. Dennoch hörten die Kreise nicht auf zu erscheinen. Heute beansprucht eine neue Generation, das Brett übernommen zu haben. Hier sind die Kreismacher von London. Früher haben wir Kreise auf Papier gezeichnet mit Zirkel und Feder. Aber jetzt arbeiten wir mit einem Minicam-System an einem Computer. Es ist nicht genug, nur ein hübsches Muster zu zeichnen. Du musst auch wissen, wie du das in einem großen Maßstab auf einem Feld umsetzen kannst, ohne Spuren zu hinterlassen, dass du da warst. Dazu haben wir einen sogenannten Halmstampfer verwendet. Ein Brett mit einer Seilschleife. Du nimmst das Brett unter einen Fuß, bewegst dich locker vorwärts und biegst so die Halme ab. Und wir haben auch spezielle Jacken, die, wenn man zu zweit ist, wie ein menschlicher Kompass wirken. Für die Kamera haben Kreismacher John Lundberg und Rod Dickinson ihre Arbeit im Tageslicht demonstriert. Aber sie bestehen darauf, dass ihr eigentliches Werk nachts getan wird. Dieses Video haben die beiden Scherzbolde selbst gedreht. Denn bis jetzt, so behaupten sie, sei es noch keinem gelungen, ihre nächtlichen Aktivitäten zu filmen. Falls, schlimmstenfalls, jemand sich nähern sollte, während wir den Kreis machen, packen wir unsere Ausrüstung zusammen und laufen von der Formation weg. Aber bisher haben sie noch nie zugegeben, welche Kreise sie gemacht haben. John Lundberg hält sich da eher bedeckt. Wenn du einen Kornkreis für dich in Anspruch nimmst, bringst du die Idee um und nimmst ihm jedes Geheimnis. Und es ist gerade das Geheimnis, das uns wichtig ist. Die Beichte der Spaßvögel desillusionierte einige der Kornkreisforscher. Aber viele waren nach wie vor davon überzeugt, dass ein mitternächtlicher Energieanfall von ein paar Witzbolden nicht ausreichen könne, um jeden Sommer hunderte von Kornkreisen zu errichten. Wie könnte ein Zweierteam für so viele Kreise auf der ganzen Welt verantwortlich sein? Und noch wichtiger, wie wollte irgendjemand die aufsehenerregenden neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ignorieren, dass in den Feldern Kräfte am Werk seien, die nicht von dieser Welt stammten? William Levengood, ein Biophysiker von der Uni Michigan, hatte die Fotos von dem auf geheimnisvolle Weise flach gedrückten Getreide in Andrews Buch Kreisrunde Zeichen gesehen. Aber der Wissenschaftler wollte mehr wissen, was geschah in den Pflanzen, wenn sich ein Kornkreis bildete. Falls eine unbekannte Energiequelle es schaffte, die Feldfrüchte innerhalb weniger Sekunden niederzudrücken, wirkte sie sich dann auch auf die Beschaffenheit der Zellen aus? Levengood begann, die Spitzen jener Getreidehalme zu untersuchen, die innerhalb eines Kornkreises gefunden worden waren. Die Pflanzen sahen normal aus, aber dann öffnete der Wissenschaftler die Fruchtstände und was er da sah, kam völlig unerwartet. Zu meinem Erstaunen waren keine Körner da. Dutzende von Weizenhalmen aus einem Kornkreis hatten die Samenproduktion eingestellt, obwohl ihr Entwicklungsstand der gleiche war. Aber die Halme waren nach der Bildung des Kreises nicht abgestorben, sondern weitergewachsen. Da wusste ich, dass wir uns das näher ansehen mussten, weil sich etwas sehr Interessantes abspielte. Und das machte aus meinem Desinteresse plötzlich großes Interesse. Mittlerweile hat Levengood in einem Dutzend Jahre Pflanzen aus mehr als 250 Kornkreisen analysiert und eine erstaunliche Theorie darüber aufgestellt, wie diese Kreise sich bilden. Alles deutet darauf hin, sagt Levengood, dass eine dem Menschen unbekannte Energiequelle die Kornkreise entstehen lasse. Er nimmt an, diese Energie bilde sich wie ein Wirbelwind hoch über der Erde. Aber nicht irgendein Wirbelwind, eine elektrisch aufgeladene Plasma-Vortex. Diese Plasma-Vortex-Energie, die aus der Ionosphäre herunterkommt, beginnt wie ein riesiges Donut und kann noch kilometerweit entfernt sein, vielleicht sogar 80 bis 90 Kilometer. Und während sie sich durch die Ionosphäre der Erde nähert, wird sie von deren Magnetfeld konfiguriert. Eine Getreideformation ist ein äußerst komplexer Körper von organisierter Energie. Geschmolzene Brocken von Eisenoxid, die innerhalb von Kornkreisen gefunden wurden, deuten darauf hin, dass diese einem kurzen Ausbruch von Mikrowellenhitze ausgesetzt sind. Manche Pflanzen haben bizarre Löcher, die Ausstoßkanäle genannt werden, als wären sie nach einer enormen Energiedruckwelle aufgeplatzt. Forschungskollegin Nancy Torbert In Indiana, vor etwa zwei Sommern, gab es fünf Kreise in ausgewachsenem Mais. In den USA haben wir sie vorwiegend aus Mais. Und in diesem besonderen Fall entdeckten wir etwas völlig Neues. Diese Ausstoßkanäle, die aus den ausgereiften Maisstängeln gerissen werden. Und die Energie, die für so etwas erforderlich ist, muss enorm sein. Lievengut nimmt an, dass sich sieben Energieformen zusammentun, um die Plasma-Strudel zu erzeugen. Seiner Ansicht nach in einem chaotischen Vorgang, der dennoch innerhalb Sekunden präzise Kreise hervorbringt. Sehen Sie, denn meisten ist gar nicht klar, dass Chaosmechanismen in der Wissenschaft diese Art geometrischer Muster bewirken können. Es scheint zwar wie ein Widerspruch in sich, dass diese geometrischen, gut angeordneten Muster aus dem Chaos hervorkommen können, aber genau das passiert und ist in der Welt der Wissenschaft mittlerweile auch schon ziemlich sorgfältig studiert worden. Wenige Wissenschaftler haben das Phänomen der Kornkreise so rigoros erforscht oder ihre Resultate veröffentlichen wollen. Etliche glauben, dass eine solche Arbeit ihrem Ruf schaden könnte. Aber Langzeitkreisforscher sagen, dass Lievenguts Plasma-Wirbel ein physikalisches Zeichen eines expandierenden menschlichen Bewusstseins sein könnte. Vielleicht, so argumentieren sie, manifestiere sich mentale Energie in der natürlichen Welt als ein Kornkreis. Ich habe das Gefühl, dass dieses Phänomen ein wichtiger Vorläufer einer Veränderung im menschlichen Bewusstsein ist. Und ob dabei Menschen intervenieren oder nicht, wir sollten uns auf die Botschaft, nicht auf den Boten konzentrieren. Das Geheimnis der unerklärlichen Entstehung der Kornkreise hat noch andere wissenschaftliche Köpfe fasziniert, unter anderem einen ehemaligen Vorstand des Instituts für Astronomie an der Uni Boston. Gerald Hawkins hatte ursprünglich die Absicht, Kornkreise als das Werk von Spaßvögeln zu entlarven. Aber was er herausfand, überraschte ihn. In der Zeitschrift Science News behauptete Hawkins, nach der Analyse von Kornkreismustern auf einen neuen geometrischen Lehrsatz gestoßen zu sein. Ein post-euklidischer fünfter Lehrsatz, der in keinem Lehrbuch zu finden gewesen sei. Anhand präzise vermessener Kreise entdeckte Hawkins einige der neuen geometrischen Lehrsätze in dieser Formation. Während die mechanischen Einzelheiten der Kornkreisformationen noch ungeklärt seien, werde das intellektuelle Profil der Kreismacher immer klarer. Was oder wer auch immer diese Kreise schaffe, habe einen hochentwickelten mathematischen Verstand. Aber vielleicht haben die Kornkreise nicht nur mit Mathematik zu tun, sie scheinen auch Musik zu machen. Die Intervalle zwischen den weißen Tasten eines Klaviers stehen in einem diatonischen Verhältnis zueinander, die bekannte Do-Re-Mi-Sequenz. Diese Klangschwingungen können auch in Formen und Größenverhältnissen zueinander übersetzt und danach groß in die Getreidefelder geschrieben werden. Wir können getrost sagen, dass das, was wir in den Feldern sehen, auch Musik ist. Aber diese Kornkreismusik ist nicht unbedingt ein Ohrenschmaus. Nichts, dass man sich während des Abendessens gern regelmäßig anhören würde. Sie klingt ein wenig unheimlich. Hawkins hält diese Kombination aus Kornkreis, Geometrie, Mathematik und musikalischen Elementen für den Beweis dafür, dass die Kreise weit mehr als nur ein Naturphänomen sind. Aber auch für ihn bleibt die Identität des Kreismachers, ob menschlich oder nicht, noch immer ein Geheimnis. Sogar die Kreismacher von London vermutlich die größten Skeptiker gestehen, nicht alle Antworten zu kennen. Auch John Lundberg hat die schauerlichen Lichtkugeln über den Feldern gesehen. Wir haben Lichtblitze und Kugeln gesehen, die sich entlang des Feldes bewegt haben. Und eines Nachts habe ich mit zwei oder drei anderen Kreismachern draußen in Wiltshire auch einen rautenförmigen Flugkörper am Himmel gesehen, der an jedem Ende zwei blinkende Lichter hatte. Das könnte zwar auch irgendein Militärflugzeug gewesen sein, weil sie dort bei Salisbury Plain jede Menge Tests machen, aber es war geräuschlos, schwebte eher und so. Klingt genau wie eine typische, archetypische UFO-Sichtung. Und obwohl er darauf beharrt, dass einige der komplexen Formationen sein eigenes Werk seien, räumte ein, dass manche der Kreise einen nichtmenschlichen Schöpfer haben könnten. Ich kann nicht sagen, dass jeder Kornkreis von Menschen gemacht ist. Diese Frage sollten Sie dann Forschern stellen. In Hampshire, England, wird ein neuer Kornkreis entdeckt. Wir begleiten die Kreisforscherin und ihr Team, die untersuchen wollen, ob in diesem Kreis rätselhafte Energien vorzufinden sind. Die Ergebnisse sehen Sie gleich bei Dokupedia. Wir erkunden einen neu entdeckten Kornkreis. Sogar Landwirte haben Angst davor, diesen zu betreten. Obwohl das zweite Phänomen um Kornkreise die seltsamen Lichterscheinungen gesichtet und auf Kamera festgehalten wurden, konnten Wissenschaftler keine Erklärung dafür finden. Sogar die britische Armee hat sich mit der Operation Blackbird, einem Hightech-Projekt zur Überwachung von Kornkreisen im Jahr 1990, mit dem Phänomen beschäftigt. Aber nicht einmal dieses aufwendige Projekt, das von der BBC und dem japanischen Fernsehen begleitet wurde, konnte das Rätsel auflösen. Was die Kornkreise betrifft, so gibt es Männer, die zugeben, einiger der Kornkreise mit einfachen Mitteln wie einem Holzbrett, einem Seil und einer Skizze angefertigt zu haben. Aber der Rest bleibt ungeklärt. Zwar haben einige Wissenschaftler und Kornkreisforscher verschiedene Theorien, doch eine Aufklärung mit eindeutigen Beweisen gibt es immer noch nicht. Jeden Frühling warten Kornkreisbeobachter und fragen sich, ob die seltsamen und eindrucksvollen Kreise auch diesmal wiederkehren und die Felder heimsuchen. Die Antwort kommt plötzlich Mitte April im Jahr 2003, als sich der erste Kornkreis der Saison über Nacht in einem Feld in Hampshire, England bildet, als wäre er aus dem Nichts aufgetaucht. Innerhalb von Stunden zirkuliert eine Luftaufnahme weltweit im Internet. Es ist eine einfache, ringförmige Formation in einem leuchtenden, gelben Rapsfeld. Ein Doppelpunkt markiert die eine Seite. Unsere Kameras haben Kreisforscherin Lucy Pringle begleitet, die untersuchen will, ob diesem Kreis irgendwelche rätselhaften Energien in ihr wohnen. Aber zuerst braucht sie die Genehmigung des Landwirts. Hallo Mr. Horn, ich bin Lucy Pringle. Freut mich, Stephen. Ich hätte gern Ihre Erlaubnis, in den Kornkreis zu gehen, der sich auf Ihrem Grund befindet. Ja, sicher, Sie können sich das gern mal ansehen. Farmer Horn war fassungslos, als er einen Kornkreis auf seinem Land entdeckte. Ich bin schon mein ganzes Leben da, aber hier habe ich noch nie einen gesehen, weder auf diesem Feld noch auf der ganzen Farm überhaupt. Horn hat einmal einen Kornkreis gesehen auf der Farm meines Nachbarn, aber die unbekannte Herkunft des Kreises machte schon sein Betreten ziemlich beängstigend. Ich bin in den hineingegangen, aber unser Landwirt, der sich um die Ernten kümmert und mit dabei war, wollte ihn nicht betreten. Der Pflanzenexperte hatte gefürchtet, dass elektromagnetische Energierückstände ihm oder seiner empfindlichen Computerausrüstung schaden könnten. Ich bin schon gespannt zu hören, was Sie finden. Mit der Erlaubnis des Farmers trifft Lucy sich mit zwei weiteren Forschern am Rande des Kornkreises. Wenn ihr die Straße dort bis zu dem Kamm hinauffahrt und dann zurückschaut, könnt ihr den Kreis sehr gut sehen. Die Forscher Paul Vigay und Christopher Weeks haben schon hunderte der geheimnisvollen Kreise analysiert. Heute werden sie das Umfeld des Kreises auf ungewöhnliche elektromagnetische Energien überprüfen. Das hier ist ein kommerzieller Elektromagnetikdetektor, der meist nur fluktuiert, aber dann plötzlich auf 200 oder 300 Prozent springt. Sie untersuchen die Pflanzen, um zu sehen, ob die Halme gebrochen sind oder nur sanft wie mit Dampf gebogen. Schon die geringste Berührung, Sie sehen den Schaden hier, erzeugt eine Art Quetschung. In einer klassischen Formation wären die Halme perfekt gebogen und würden keinerlei Bruchspuren oder Schäden aufweisen. Die Forscher meinen, dass es wahrscheinlich zu spät ist, um genau sagen zu können, wie dieser Kreis entstanden ist. Frühere Besucher haben die Pflanzen bereits beschädigt. Erste Analyse? Ich weiß es nicht. Schwierig ist in diesem Stadium zu sagen. Kornkreisforscher stimmen im Allgemeinen überein, dass eine gewaltige Naturkraft die Kreise physikalisch formt. Aber viele glauben, dass diese seltsame Energie von einer höheren Intelligenz geleitet wird. Entweder von dieser Erde aus oder aus dem Jenseits. Eins ist gewiss, das Rätsel der Kornkreise ist noch nicht gelöst. Menschenwerk oder Botschaften aus einer anderen Welt. Die Kreise sind eine Quelle des Staunens, ein Kunstgriff, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Wir stehen hier vor der nächsten Phase unserer Geschichte. Wir sehen auf eine Zukunft, die wir hoffentlich auch erleben werden. Ich halte das für einen ernsthaften Versuch, vielleicht aus dem Unterbewusstsein, vielleicht von einer höheren Intelligenz. Jedenfalls glaube ich, dass wir uns mit den Kreisen Informationen über unsere Zukunft ansehen. Sie stoßen die Menschen ja förmlich darauf. Sie sind da, um Fragen aufzuwerfen, nicht Antworten zu geben. Die Kreise geben uns keine Antworten. Sie regen uns an, Antworten in uns selbst zu suchen. Und vielleicht ist das ihr einziger Sinn in ihrem Dasein. Wer weiß, was wir aus ihnen lernen können. Und das macht es ja auch so interessant. Ob es sich um ein völlig natürliches, spontanes Phänomen handelt oder nicht. Es zeigt nur, dass die Welt, in der wir leben, viel größer ist, als wir uns derzeit vorstellen. Es ist was Besonderes. Und das ist entscheidend. Das Geheimnis geht weiter. Und nächste Woche bei Dokupedia, die zerstörerische Kraft von Erdbeben. Kann man sie voraussagen? Wie würde eine solche Formel aussehen? Und ließen sich dadurch wirklich tausende von Menschenleben retten? Die Wahrheit darüber enthüllt Dokupedia, wenn die Erde erzittert. Untertitelung des ZDF, 2020